Richtig nice, ihr seht, ich hab richtig Bock. Das dürfen wir nicht verraten. Uh, Spannungaufbau nennt man. Das nennt man Dramaturgie. Dramaturgie. Okay, wow, ich begrüße euch hier recht herzlich auf unserem neuen Kanal Technikliebe. Ich bin Dennis, ihr kennt mich vielleicht, genau, hier sieht man's auch schon. Ich bin Dennis, ihr kennt mich vielleicht schon von unserem Hauptkanal PC Welt, auf dem wir quasi alles gemacht haben rund um PC und Hardware, Games, News. Da haben wir auch die weltberühmte Höllenmaschine, die Basti und Michi jedes Jahr zusammenbauen. Und natürlich auch Smartphones, die hab ich dann in diesem Fall gemacht. Und genau diesen Part, also den Smartphone-Part Mobile Tech Lifestyle, den wollen wir ein bisschen auslagern und uns darauf fokussieren. Und haben mir gedacht, machen wir einfach gleich einen eigenen Kanal und dann in Technikliebe. Und ja, wir haben nicht nur einen neuen YouTube-Kanal, sondern auch ein neues Studio bekommen, denn wir sind hier intern umgezogen. Und das ist richtig cool. Wir haben ein richtig geiles Studio bekommen, einen riesengroßen Raum. Und das gucken wir uns jetzt mal hier an. Und es ist nicht erschreckend. Also es sieht noch nicht alles so aus, wie es aussehen soll. Wir sind noch gerade in der Findungsphase. Wir haben auf jeden Fall schon mal gestrichen. Die ein oder anderen Möbelstücke hier auch schon gekauft. Das erste, was wir gemacht haben mit dem Geld vom Chef, erst mal eine Lounge-Ecke hier gekauft, um dann hier ordentlich zu zocken. Dann sitzen wir hier so mit dem Controller in der Hand. PlayStation 5 zocken wir dann auf dem Fernseher. Und das Coole ist, ihr seht auch gerade, also ihr seid quasi gerade die ersten Leute, die dieses Studio hier eigentlich sehen. Weil der Chef hat es, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Das heißt, er weiß noch gar nicht, was wir mit dem Geld von ihm angefangen haben. Hier machen wir noch ein neues Sofa, einen neuen Sessel hin. Dann die Wand kommen noch Bilder auf jeden Fall. Hier haben wir auf jeden Fall ein Set in die Ecke da, wo jetzt gerade die ganzen Lichter stehen. Da kommt dann noch so eine Stiecke hin, wo wir dann vielleicht was mit News oder sowas machen. Und dieser Part hier ist dann unsere Meeting-Ecke, wo wir dann kreativ werden können, neue Ideen entwickeln können, aber auch ganz normale Meetings machen. Welche Themen machen wir eigentlich auf der Webseite? Dann sitzen wir einfach da und da haben wir dann auch schon gestrichen und ein cooles Setting einfach gemacht auf dem Tisch. Wir können ja mal rübergehen. Auf dem Tisch hier können wir dann irgendwie auch Unboxings machen, Reviews. Und hier haben wir auch schon gerade eine coole Stehgeschichte aufgenommen zu einem tollen neuen Smartphone, über das wir jetzt gerade zu dem Zeitpunkt noch nicht reden dürfen. Ziemlich cool. Und ihr seht auch schon, das haben wir ein bisschen vorbereitet. Wir haben T-Shirts am Start natürlich für Technikliebe. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Hier haben wir einen Binärcode 0101. Das Ganze steht für Technikliebe. Finde ich ziemlich geil. Dann noch so ein schönes Logo hier in der Ecke mit Technikliebe auch nochmal ausgeschrieben. Schaut ganz gerne mal vorbei unter 3DSupply. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich gelungen. Ich weiß noch nicht, wie ich mich fühlen soll. So ein bisschen weg vom Hauptkanal, jetzt auf Technikliebe, Aufbruchstimmung so ein bisschen. Aber irgendwie auch alles neu. Und ich glaube, das wird auch ziemlich geil. Hier haben wir vielleicht auch noch eine Geschichte. Genau, die können wir direkt mal zeigen. Eine Müllecke, aber auch Schreibtisch. Und hier werden natürlich auch dann Sachen stattfinden für den Hauptkanal PC-Welt. Also hier wird bestimmt auch mal Basti sitzen, dann am PC irgendwas zeigen. Monitor, Maus, Tastatur, diese ganzen Geschichten. Da kommt ein richtiges Gaming-Setup natürlich noch hin. Genau. Das wird nicht so bleiben. Ja, da müssen wir jetzt aufpassen. Ich freue mich einfach. Ich habe richtig Bock. Wir haben ja ein richtig geiles Studio am Start mit verschiedenen Settings. Und ich hoffe, dass ihr genauso Bock habt. Schreibt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, was ihr von unserem neuen Studio und natürlich auch unsere Fokussierung auf Smartphones und Tech-Themen hier auf unserem neuen Kanal haltet. Also tut mir einen Gefallen und abonniert natürlich diesen Kanal hier. Aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr auch keines dieser Videos, die auf diesem Kanal hier starten werden. Denn wir haben aus dem Start des Technikliebe-Kanals eine richtig coole Aktion. Am Start und zwar dreht sich das Ganze um das Galaxy Note 20. Ihr dürft gespannt sein, was da auf euch zukommt. Und jetzt sagen wir einfach Tschüss. Wir genießen das Ganze jetzt hier noch ein bisschen so für uns. Und dann sehen wir uns demnächst mit unseren ersten Videos auf diesem Kanal hier. Macht's gut.